Vor großen Ereignissen gibt es immer auch Augenblicke der Stille. Es ist die viel zitierte Ruhe vor dem Sturm, die uns das folgende noch intensiver erleben lässt. Der SAM35CC ist eine perfekt durchkonstruierte Rennmaschine. Doch technische Perfektion allein führt dem Motorsport selten zum Erfolg. Das Motorsportgerät ist extrem komplex. Überhaupt der Motorsport insgesamt ist ein ganz komplexer Sport. Also das ist nicht irgendwie nur reinsetzen, Zinschlüsse rum, Gas. Die Leute kommen eigentlich nie zu einem richtigen Erfolg, sondern es ist ganzheitlich. Man muss das Team bewerben. Ein eingespieltes Experten-Team war bereits an der Entstehung des SAM beteiligt. Experten, die sich längst einen Namen in der Motorsportszene gemacht haben. Hans Götz Engineering im bayerischen Wollnzach übernahm die komplette Projektion und Montage des SAM. Die Herausforderung bei diesen Rally-Rate-Projekten ist die besondere Materialbelastung. Das Fahrzeug wird auf Strecken bewegt, jenseits von befestigten Straßen. Und die Fahrer gehen davon aus, dass sämtliche Passagen so schnell wie möglich befahren können. Seine Fahreigenschaften machen den SAM zur perfekten On- und Offroad-Maschine. Bereits der erste Rollout im Gelände überzeugt. Wenn es zu den ersten Testfahrten kommt, ist man so was von aufgeregt. Weil wenn wir auch ein Team sind, da leben wir schon auch mit. Der mehrfache deutsche Rally-Meister Matthias Kahle übernahm die Testfahrten mit dem 35cc. Das ist ja der erste Rollout von dem Auto. Und es ist nagelneu aufgebaut. Also es sind alles neu konstruierte Teile. Und wir haben heute das erste Mal einen Auslauf im Gelände. Und ich muss sagen, bis jetzt arbeitet das Auto tadellos. Wir ändern eigentlich nur kleine Einstürme mal an den Dämpfern. Und fahren ansonsten so hart wie es geht, damit wir schauen können, ob das Auto das auch alles aushält. Und selbst da ist bis jetzt nichts passiert. Dynamik ohne Kompromisse. Im SAM 35cc steckt pure Innovation bis ins kleinste Detail. Einflüsse aus dem Rally-Motorsport paaren sich mit technisch hochwertigsten Komponenten und machen den SAM zu einem einzigartigen Fahrzeug. Die komplett durchkonstruierte Rennmaschine erfüllt als erstes Fahrzeug alle Vorgaben des FIA-Reglement 286-2010. Ein Mercedes-Benz Sportmotor bildet das Herzstück des SAM. Sechs Zylinder mit 3,5 Liter Hubraum leisten 300 PS und bringen den 35cc bestens voran. Der Serienmotor wurde an das strenge Reglement des Rally-Rage-Sports adaptiert. Das bedeutet, der Motor läuft mit einem E-Restriktor, um dem Reglement zu entsprechen und musste natürlich auch die Elektronik angepasst bekommen. Vereinigung technischer Perfektion, Liebe zum Rally-Sport und jahrelange Erfahrung feiern einen grandiosen Auftritt. Der SAM 35cc sorgt als erste Rally-Rate-Fahrmaschine für Aufsehen.